ja ich bin doch schon wieder live wird mir zuerst so angezeigt ja das ist die connector gleich wieder dazu immer die seiten aktualisieren dankeschön läuft doch noch wieder 40 minuten sekunden hallo was macht ihr alle gerade ich versuche gerade eine invasion abzuwehren rolle oder was hast du da trauge und glätte die traugen sich aber was weißt auch in jeden knochen ja wir haben loviata verloren zum ersten mal und nicht ich bin ja auch gerade eingeloggt die haben angst gekriegt das wird sein oder sind sie verlachen gestorben über moos witz ja wir haben so viel tron leder mittlerweile jetzt wird auch so viele leute hier da habe ich meine eis types fertig ich würde sagen wir gehen nachher mal den boss machen furchtbaue stats danke damit triggert das irgendwie dass das knochen auf der rechten seite sind und so manches ein geben es das ist zweiter was keine sache noch nicht wieder nach der die invasion hat doch über 100 dankeschön jetzt krieg ich schon wieder hier gut so kommt der blut sagt halt akisten ja genau gleich stich ist das ist ja so richtig ich bin nur zu blind na hast du gut gegessen mo ok gut gegessen und wednesday durchgekuckt das welches sehr gut ich habe das immer noch nicht angeguckt ja hatte mir zugesagt ist natürlich alles so ein bisschen sehr zini mäßig aber die protagonistin macht halt einen super job also keine mine verzieht so gott mäßig drauf ist das ist schon eine coole sache es ist jetzt nicht so typisch ah was mache ich jetzt mit einer rüstung ziehe lege ich sie einfach in die rüstungskiste mach doch so wenigstens wie lang brauchst du denn, bis du wieder hier bist Rudi ist auch bei dir kann einen Moment dauern warte, Rudi ist auch noch da unterwegs, ja? seid ihr zusammen? noch nicht können wir ja nochmal eine ordentliche stelle für das brot suchen, ja? zum paar teuren und so wachser? hm? hier und so welche giste packe ich soft tissue das war soft tissue? weiches geliehen ja? das ist im Gegenteil von den zwergen doch hm ja, wir müssen hier ein bisschen was mitnehmen, ne? ja, vergiss ah würd gern mich woanders hinstellen, als im sumpf, weil wenn sie schlagen, die machen das Boot, Möbel und andere dinge die darauf Bock haben, so hatten die jetzt schon was dazu gesagt? ich weiß nicht dafür gibt's glaub ich keine Kiste hm ok das zeug von den Bergen das ist so weit fortgeschritten ich bin jetzt so weit durch, wo die ja, beschießt uns nicht ja, beschießt uns nicht ich geh nur noch überall hin ne, unter uns liegt ein äh ne, da beschießt uns jemals oh weiß ich nicht den auch nicht der sagt, unter uns schwimmt ein Fisch rum ja, wir hören doch aber die Schüsse gut in welch die Kiste packe ich ektrass hier in Wut also diese, diese darum fahren wir nicht frei einfach in die äh da ist ein Trauger im Wasser packst einfach alles in die die Haarekiste dicker Haare ist alles glaub ich schlimm hm zack so hm hm kommst du noch an Land? ich muss hier erst mal weg hm 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 komm mal her klein komm mal an Land besser bauen danke hm 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 mhm hm stundpflege hier stunde gerade hm mhm das ist einsteigende oder willst due zuerst die töten jetzt sind die hier bei dem boot hm hm links und rechts ist halt so und wenn wir an einer der sachen halt schwarzwald oder normale das land finden halt würde ich da einfach vorteil setzen und das dann mit safe betrachten jetzt ist es ja kein wind er anders so es sind ja so in etwa das einsetzen reeks und wo die sind im eisgebiet das ist auch krass oder wie weiß ich jedes kommt ich mache ihn jedes mal lauter und er wird mit jedem mal den wasser hier rein und leise wäre ich ja das tut doch gar nicht doch ist halt krank können ihm das doch als er kann ich ich gönne dir die kretze an den arsch was hältst du davon letztens meint er schon so du klingst voll deprimiert stimmt das fällt mir auch ein nicht glücklich zu sein fieber zu haben richtig was fällt dir ein da ziemlich mit einer stimmung nicht noch weiter runter das hast du selber schon gut genug meint ich düsterwand ja ja könnte unser fleck sein ja das sieht ganz gut aus ich meine die monster gehen da trotzdem dahin aber ne das kleine stückchen süß dabei ist ein sumpf ich weiß nicht wie fand ich habe ich noch lange gefunden sumpf ja wir sind hier und zwei sumpfbrocken nebeneinander theoretisch da auf der gegenüberliegenden straßenseite ist noch einer dann können wir ja endlich eisen fahren was ist das ebene oder das heißt dieser fleck da vorne ist auch ebene was könnten wir theoretisch nutzen zum pflanzen nachher spielt das ist eigentlich gar nicht schlecht warte mal an warum warum bist du wieder aus dem boot was machst du da ich stand auf dem boot und auf einmal war ich unterm boot das da vorne ist tatsächlich sehr gut ich weiß nicht ob das groß genug ist da ist ebene ne so ein kleiner fleck halt noch ich kann den barsch nicht aus dem wasser sammeln ja ich fahr rückwärts ne also ja ich schwimm ich stehe hier gerade an der stelle um mich schwimmen einige fische ich hab einen thunfisch gefangen das war um das wasser oh jetzt wirst du du müsstest gleich aufsteigen können jetzt fahr ich nicht um das Boot beim rückwärts fahren was für ein ding das Boot beim rückwärts fahren ne nur mein Kopf da vorne ist ein goblin auf dem ding ich hoffe du hast irgendwas gegessen ob krieg ich jetzt eine live meldung von Tio weil ich vorhin online gekommen bin nochmal quasi weil disconnect und so wir müssen gleich früh starten das ist die dringung quasi runter ja ja genau und dann machen wir dann ein paar werkbänke drauf und dann ist das befriedelt und dann können wir das zum anbauen von pflanzen benutzen weil das nur so ein kleines ebenen stück ist sehr gut dann stehren da sind mosquito erst den nicht dass sie bitte aufmachen komm hermoskito ja komm greif mich an ich will dich weglaufen sehr gut deswegen rennt du diese oh da sind's wenn du kannst dass die Blumen hier stehen die Moltebären oh das ist eine schöne Ecke hier wir haben ein Portal dabei ja sehr gut wir haben ein Portal in unserer Base dafür ja wir haben Entsprechung in der Mitte oder wolltest du direkt noch eins mit Beschriftung machen kann ich ja ähm Lachs Farm oder so ok muss ich mal gucken was ich dafür brauche Lachs ja oder ist zu dicht lieber da vorne warte mal du kannst noch Holz sammeln gehen sagst du ja mache ich das erstmal hier hinten da ganz zum Ende guck 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 dass hier diese Spots abgedeckt sind ja machen wir das auch total auch hin hoffe das das ist groß genug das können wir noch ein bisschen anheben dann auch war nicht von einem uralten Baum oder nee nicht von dem also F groß Lachs was los das war das falsche stimmt sag dann wenn du hast ich habe jetzt fünf Holz in der Tasche ja ne ich meinte Mo mit dem Portal so ich habe jetzt die Muts jetzt habe ich gerade noch ein bisschen hoch ups Fischkopf was Fischkopf was du meinst damit ähm was meinst du ich habe gesagt Fleisch kommt rüber achso wie soll ich das Ding mir nennen Flachsfarm mit großem Elf weg 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 entweder nicht gesehen werden oder weg vom Boot löpfen also alles zusammen Lachsfarm Lachs Flachs diese Pflanze Flachs ach Flachs dann sollte er auch das Portal aktiviert sein dann ich weiß nicht hat er uns gesehen ne ich glaube nicht wenn er gerade am spawnen ist dann sieht er noch nichts er kommt aber so zielstrebig auf uns zu bist du im Stealth ja bist du ja du musst wen halt gleich woanders hin locken ich meine ich hätte ein paar Feuerpfeile in der Tasche klingt gut aber ich weiß nicht ob du das du würdest auch nicht hier drauf kämpfen wollen er hat uns aber nicht gesehen ja vielleicht hatte der so acht also dieses alert ding weißt du hat er vielleicht hat geklappt hast du noch Holz dabei ich habe ein bisschen Holz in der Tasche mal gucken wie hier ähm ja ich hab da mal bisschen zu bauen mit Werkbänken halt ne da sind Mietjes im Wasser ja die macht ja nix ich glaube nicht ich habe das äh holz direkt wo in die Tasche geworfen das stimmt einfach so zu bauen dass hier nichts mehr drauf spawnen kann ne mit dem holzzeug was soll ich bauen soll ich noch ein bisschen nach Holz gucken mhm noch mehr Holz ja auch bestimmt drei Werkbänke noch oder so die rönt auch habt ihr die Bären schon geplündert die alle ja gute Bären nicht den großen anlocken pass auf wo ja 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 hat mich quasi immer weiter richtung ja die gepackt ähm ich hab ein paar ja können wir jetzt eigentlich erstmal verschwinden oder habt ihr ne wir haben noch nicht hm hm das ist aber warum ist denn der so hm hm wohnt sich das den Weg zu locken oh der wird koche schnell ah ah ne ne was jetzt das ist aber kein Wertgegenstand was ist kein Wertgegenstand das Teil mhm ja ok sieht gut aus habt ihr noch Holz äh 7 wo muss ich was hinbauen er muss halt gucken wie die kreise sind von den anderen wo du noch was bauen kannst du wo 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 sehe ich das denn baum wenn du im ja dann hat irgendwas anders versucht zu setzen dann ne wieso sieht man das jetzt nicht herstellung herstellung oder was finde ich das bauen hier ist ein rand zum beispiel bis hier geht das äh und da herstellung siehst du die Werkbank ja ja also hier ist so eine grenze glaube ich ne muss ich das hierbei nicht wir passen palisade bauen dafür hab ich nicht genug Holz also ich kann eine Werkbank bauen da müssen wir nur sagen mach mal da wo du stehst vor dir jetzt so ja ich mach ich mach ein bisschen Holz könnt sogar dann hier jetzt noch eine wo ich bin äh wir hatten doch genug Holz insgesamt hier jetzt noch wo ich bin und dann ist abgedeckt schon du hast ja auch noch drei jetzt hatten kann habe ich noch um eine zu bauen ja Typ kommt und wieder ein geist auch noch und auch warum kommt die jetzt andauernd warum war die Bergbank da lass es verschwinden wo wo hier hinten links da vorne wo die Monsterität vorhin schon war ja ok Er wird gleich erschlagen. Ja. Ob die mitbekommen hat, dass wir irgendwo bei mir gefällt haben? Ob das so eine Mechanik von dem ist? Ja, das könnte sein, ne? Hm, ja. So geht es sich auch so. Tante Elfriede, wo bist du hin? Hier hin? Hier, hier irgendwo, ja. Hier so, wo ich stehe. Na gut, ich muss weg. Und jetzt? Jetzt ist das hier befriedigt, da können wir daher darauf anpflanzen, wenn wir Flaxen haben. Das ist jetzt schon, oh, da kommt was Schleimiges. Ja, den kann ich machen. Ich habe eine Rössenz. Der hat... So, ich, wenn ich vergiftet bin, kann ich nicht... Ich kann nicht schleichen, richtig. Kann man nicht, oh, interessant. Nee. Der wird halt jedes Mal aus dem Sneaker rausgerückt, wenn du Schaden nimmst. Hm. Ja, dann kommt ihr. Oder riecht der jetzt schon Werkbank und macht der Sache. Na, na. Wir müssen dann irgendwann wahrscheinlich wirklich nochmal wegachsen. Oh, was habe ich denn schon wieder in der Tasche hier? Schwarzmetallschrott. Oh. Meist weg, oder? Auch eine Kiste. Auch ein Boot, halt. Theoretisch. Ja, oder das. Wenn du rankommst. So, Beaks und Budi sind jetzt auch hier. Schön. Erfolgreich gedungiert. Ja. Nice. Budi kam zum Aufräumen. Zum Endaufräumen, ja. Ja, Budi hat auch einen Mario Kart aufgeräumt. Nicht unbedingt zu meinem Vorteil. Schön. Vielleicht geht's auch bald voll. Nice. Wenn wir zu viert sind, schaffen wir das nur. Wird zu fünft. Richtig. Er könnte mich jetzt mal. Alles, was ich habe, packe ich. Das bisschen, was ich habe, schmeiße ich jetzt mal gerade in die Krabbelkiste. Hat er aufgeräumt, ne, Budi? Es ist auch nicht viel. Ich meine, eigentlich ist er ja auch dafür da, dass du mal ganz kurz was weglegst. Ich will halt weitermachen. Dinge umbringen. Was brauche ich eigentlich? Ach, Wolfspelze. Sag mal, wo die... Findest du das geil? Ich schub dich noch ins Portal rein. Ja, Leute so durch die Gegend zu schieben. Bist du normal Schieber, ne? Schiebung, ich seh das schon. Schiebung. Ja, das kann ich auch. Ja? Ja, das kann ich auch. Ach so, kann ich nicht. Warte mal, kann ich das hier? Hier kann ich es dann machen. Komm mal her. Warte, warte, komm her. Hier, hier ist doch ein großes Feld. Ich sehe da auch wieder Nuss. Sag, hast du an? Ja, du berätst jetzt. Ich geh mal mit. Wosen. Ne, ich will. Och, Lederreste. Was bastelst du dir? Oh, was war das? Die Fenris-Hosen. Hm. Fuck. Da läuft der um mich rum, Alter. Da ist kaputt. Ist irgendwas drauf am Boot. Das ist bestimmt wie so ein kleiner Grauling. Findest du das gut, dass du quasi vor mir bist und auf einmal hinter mir, ja? Ja, wenn man hoch springt, ist das so. Die kennt sich in einem von seinem eigenen Lagersystem nicht aus. Wer, was? Wer, was? Wo hat der die? Wo die? Das sind doch wo die. Nein, das hat Tierar. Das ist Tierar. Warum? Wie? Wo? Was? Ja, die Fenris-Sachen waren in der Wolfs-Truhe, wo es eine extra Fenris-Truhe gibt. Fenris sind Wolfe. Hört doch dazu. Nein, das eine sind gerade Werwolf und das andere sind Richtige. Alter, du hast jetzt gerade den Fenris-Wolf nicht bitte mit dem Werwolf verglichen, oder? Da steht Wolfe-Truhe in der Beschreibung. Komm mit, komm. Nee, du lagst wieder durch die Gegend. Es gibt ja auch noch die Fengrims. Das sind dann, glaube ich, Werwölfe. Ich weiß nicht, was Fenris sind. Fenris-Wölfe sind quasi abstand vom Fen-Rier-Wolf. Hm. So, ich bin ein Nahliegen-Verbaut. Komm her, ich verprügel dich. Ich hab bloß auf Haus. So, wird das auch nochmal durch. Was macht denn das? Ja, ich nicht. Ja, ich hab den PvP wieder ausgemacht. So. Wie viele Knochen brauchen wir für den Boss? Fünf? Zehn? Das kann ich. Welchen? Den nächsten. Bone oder Bone, wie er heißt? Bone Master? Ähm. Das Deck wird reichend. Achso. Okay. Ja, dann lass mich vor unserem heroischen Abenteuer gerade nochmal kurz Wasser lassen. Ja, machen wir. Ansonsten muss ich das während des Abenteuers machen. Gleich. Alles klar. Viel Erfolg. Wollte Loviata auch mitkommen? Ähm. Zu dem Boss? Hm? Äh, eher nicht. Äh, ich kann mit dem Bogen nicht zielen und sonst sterbe ich eh. Ist okay. Ja, auch. Glück. Hm. Ah. Naja, der Bone Mass ist so groß, das triffst du auch mit dem Bogen auch. Ja, gut. Was hat der für Schwächen? Dumm. Dumm. Hm. Feuer und sowas nicht, ne? Hm. Ich weiß gar nicht, was er sonst noch hat. Knüppel draufhauen. Hat er. Schwäche. Ähm. Der macht ganz viel Gift. Also das ist das Schlimmste an dem. Wir haben äh, Gift-Widerständen-Med gebastelt. Da nimmt sich einfach jeder zwei mit. Einem vorher trinken, wenn wir... ...doch mal brauchen oder so. Noch mal vielleicht halt. Ansonsten. Hallo, WilliPoo. Du übrigens. Hi. Sieht das rein. Und ja. Dann machen wir den lang. Ich hab mir jetzt nochmal Med mitgenommen. Für Heilung. Den anderen Med da auch. Töten wir den jetzt zwei, drei Mal oder so. Würde ich jetzt behaupten. Für die Windschel ruten. Damit wir dann, äh, Erze in der Erde finden können. Für die Windschel ruten. Für die Windschel ruten. Und das ist gar nicht möglich. Ähm. Ich muss mich nicht mehr. Ah. Ja. Hm. 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 Und? wo die ja ja durch sonnen fehler haben wir noch mal die rüstung ich an habe hier irgendwo rumliegen ich willst du da ja noch mal wechseln da unten die hat auch widerstand auf gift die maske auf jeden fall das kiesling ist erschienen jenstein habt ihr euch jetzt hat es nicht gehört einmal zweimal anti gift widerstand mit mit anti gift widerstand das ist auch sehr sehr falsch verdammt wollten wir noch nicht reinpfeifen ich wollte teilen warum sehe ich dann nachricht von moderator gelöscht ja aber warum ich da nachricht von moderator gelöscht und dann die nachricht weil du selben tv benutzt okay dass das umgeht so dann sind wir bereit alle irgendwie fleisch einpfeifen dreimal noch wenn ihr habt und dann lass uns maximal leben halt nur so einmal fleisch in derzeit dann dreimal fleisch ich habe jetzt höhe fleisch gebraten nicht mehr frecherweise die die gekochte wolfsfleisch rausgenommen und dann die würstchen jetzt vor dem flotten kopf ist ein bisschen blöd da kommt man mal ins schwimmen ja wo die gerade ist ist ganz gut glaube ich diese ecke da ich mache mal so und gefühl stand trinken wollen wir den rüber locken oder direkt hier machen sagt man muss noch warten woher noch nicht ganz voll der macht schon schaden er muss aber zu blocken werde ich mal um so sagt ja so kommt ganz schön was hier hat er geschworen ich übrigens auch so dass meine tippo monster zwei sterne trauger der hauen blut ja ich erst an mir aber der boss auch der trauger ist schlimm aber nein geh weg von uns ich habe gerade erst einen trank getrunken ich habe wieder sachen besprochen boah da muss jetzt noch dieser trauger dabei sein haben wir Zeit haben wir Zeit aber der verfolgt mich jetzt ein bisschen vollkommen Block, du. Boah, hält der aus. Er hält aus und teilt aus. Ja, ja, gut. Leidrauger ist tot. Jetzt können wir den Boss übernehmen. Ich habe wieder Leiber beschworen. Achtung. Ja, es war mehr. Jetzt härter als ich in Erinnerung habe. Wenn man den in das Feuer locken kann, ist wahrscheinlich zu weit. Wahrscheinlich. Habe ich geblockt, 50 Schaden bekommen. Ich habe den gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Also, das ist der nervigste Boss. Okay, habe ich in Erinnerung. Aber... Der so reinzimmert, ey. Schaden. Oh, oh, oh. Lass mich. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wird er nicht sterben? Geht mehr, Mio. Ja, ja, ich geb da rein. Pariert. Oh, Skelette. Ranrehen, ranrehen. Boah, das waren sechs Wünschelrouten. Nice, sehr gut gemacht. Also, es reicht. Oder wollt ihr den nochmal machen? Nee. Vielleicht Wünschelrouten? Also, ich habe keine. Ich habe sechs aufgesammelt. Hier, Budi. Hi. Ich meine, die kommen ja eh in die Truhe so. Ähm. Wollt ihr mal die Trophäe anfassen? Da? Ja. Wir sollten den nochmal machen, damit wir die Trophäe nochmal haben. Zum an die Wand hängen. Ich, ich mach nochmal, ja? Warte. Ja. Die Trophäe sieht schon ziemlich funny aus, ja. Ich meine, immer Wünschelrouten hier. Gegen was ist, äh, gegen was ist denn der... Anfällig? Anfällig. Plant? Plant, ja. Soll ich? Seid ihr? Bisschen direkt? Ja. So, mit dem vor-zurück hat daher ganz gut geklappt. Hinten spawnt er. Und dann wieder da hinten, uns da wo sammeln? Wo Momo gerade steht? Oder? Erstmal am Anfang knüppeln, ja. Er macht ja nichts. Ja, Haken, schön. Wolltet ihr den jetzt locken oder wolltet ihr den da machen? Nee. Bisschen, klappt halt gerade irgendwie, ne? Wird die Minions herdrehen die ganze Zeit. Oh. Was macht die Minions? Vielleicht ein Ausdauerflug nehmen sollen? Ja, nicht so. Guck mal, ob man wieder runtergeht. Oh. Muss halt bloß mal anständig pariert werden. Dann ist alles schick. Ja. Ja, 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 ja. Ja, komm. Spielt hat's. Komm. Hey, zu spät. Die Sau wirft ja mit Brocken um sich. Hm, da kommt dann ein Piecher raus. Ei, ei, ei. Mo hat grad hart auf die Fresse gekriegt. Ja. Aber er hat doch Schocki im Rucksack. Yei. Yei. Du musst ihn auch echt schon parieren, ne? Ansonsten hauset ihr es so auf die Fresse. Ja. Haben wir. Sehr schön. Ach, und wann, es regt sich nicht mehr. Oh, Lovie ist tot. Oh, no. Ah. Okay. Oh, Uxaxa. Ich bin grad noch am Giffen weg. Ach, ja. Der Trank war bestimmt schon alle, ne? Weil du den vorgetrunken hast. Ja, der ist gerade ausgelaufen. Ich hab drei gesunden Meht verbraucht. Sehr gesunden Meht verbraucht. Heia. Ja, ich bin ja gleich wieder da. Cool, cool. Also, würde mir jetzt auch reichen. Haben wir einen für über den Kamin. Und einen zum Anhängen. So viel. Hehehe. 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 Ja, nice. Nein, geht nicht. Ja, ne? Dann haben wir den dritten Boss down. Das nächste ist Gebirge. So allgemein. Also, ich nehm mal noch die Kohle von da hinten mit. Oder Mo macht. Äh, Freaks. Macht. Ja, wer will die Trophäe anhängen? Will ich irgendwas davon? Nein, ne? Wir können uns dann einen neuen Buff da abholen. Allgemein. Wir alle. Sich cool dabei fühlen. Eine neue F-Fähigkeit zum Anschreien. Cool. Der Gürtel darf er nicht. Ja, stimmt. Hm. Also, hat immer zehn Knochen übrigens gekostet. Hm. Die kann man ja, ähm, wo packe ich in die Bönsche gut rein? Ähm, die, ähm, äh, die Kiste am, hinterm Weihnachtsbaum. Aber ich glaube, da werden nicht alle reinpassen. Weil ich hab jetzt frei in der Tasche. Ja. Ich glaube, wir können hier bei uns in der Base auch direkt demonstrieren, was die Würtelche Rute macht. Ah, aber du kannst nur entweder Würtelche Rute oder Gürtel, okay? Mhm. Hier, ihr, ihr beiden, ihr kennt das noch nicht. Und Loviata, auch noch nicht. Ähm, wir haben ja in der Base auch so zwei... Was bist du denn? Oh, ich hab das gerade gesehen. Ah. Gut. Äh, die, die Dinger sind hier kaputt gegangen. Unsere Werkbänke. Frech. Einfach frech. Und der Hustschwünste. Mhm. Aber hier, ich hab ja die Wünsche Rute ausgerüstet. Hm? Und, ne, wo kommt's? Wupp, wupp. Ja. Damit kann man dann was finden, weil in diesem, in diesem Ding hier, diesem Steinschiff quasi hier, ist immer was drin. Eine Kiste irgendwie. So, und je näher du kommst, desto häufiger posiert das. Mhm. Wir sind jetzt alle fünf hier. Mit fünf Leuten schon lustig, warte mal. Mal gucken, was drin ist. Jagen, da ist sie. Da. Da, die Truhe. Okay. Silberheißkette, Bernstein, Perle und ein bisschen Money. Solltest du jetzt auch aufhören? Ne. Ja. Das war's. Und da hinten haben wir noch so'n Schiff. Da geh ich jetzt mal hin. Ja, ich, ich pack das mal grad ins Wertlager, ne? Mhm. Und genauso läuft das so mit den, also mit Silber zum Beispiel im Gebirge. Und es gibt tatsächlich auch Vorkommen im Sumpf noch. Für Eisen. Und paar, die mit Da Vinci Rute abgebaut werden können. Entfunden werden können. Hm. Okay. Hier? Ich glaub schon, ne? Oder hier so? Da. Silberheißkette, Bernstein, Münzen. Das gleiche quasi. In grün. Naja. So halt. So musst du halt durchs, ne? Du läufst halt durchs Gebirge und dann auf einmal macht bing, bing, bing. Und dann weißt du, ach, Silber in der Nähe. Wir haben noch, aber noch kein Portal im Gebirge irgendwo, ne? Ne. Wichtere. Ja. Freiführt halt nahe an Gebürde, Bürger. Und, ja, Sumpf 1. Beim Händler ist auch ein kleines Gebirge, aber. Würde durchs, ne? Wird durchs, ne? Sumpf 1 gehen. Ach, da ist Gebirge, okay, ja. Da oben ist auch noch Gebirge, oder? Wer hat eigentlich diese Trophäe von dem Boss? Ich. Wer hat mal zwei? Ich hänge jetzt hier eine auf. Soll ich die andere dann in der Mitte machen? Dann wollte das einer von euch. Okay, gut. Hey! Was? Sie ist einfach runtergefallen. Nee, fix. Nein, klickt. Ich wollte sie aufnehmen. Achso, willst du mal? Ich glaube, Murgler hat sie jetzt? Weiß nicht? Nee, jetzt glaube ich sie. Drive by Loot. Nee. Boah, das sieht schon ziemlich... Das sieht schon sehr weird aus. Ach, jetzt. Ach, ich finde das... Ich finde das irgendwie schön. Zum Beispiel, vor allem neben dem Weihnachtsbaum hat das irgendetwas Grinchiges so. Rechts muss dann auch noch eine Trophäe von einem großen Boss, glaube ich. Aber welcher? Ich glaube, der nächste Boss, der so groß ist, ist ja, Glut. Ja, wir nehmen einfach hier Drachenmutter da und dann ist gut. Mal schauen. Dann kann ich wieder weglegen. Wir haben gar nicht so viel gebraucht, eigentlich. Oder kommt noch mal irgendwas mit Gift, so. Kommt es vorbei. Ja, so gut wie. Das Lustige am Gebirge, oder das Nervige eigentlich, ist, dass... Ähm, ist, dass man dafür Frostwiderstand braucht. Widerstand gegen physische Schaden macht das jetzt. Hm, okay. Ja. Das heißt, es gibt so ein paar Ausrüstungsstücke, die dann Frostwiderstand geben. Äh, die dann Kältewiderstand geben. Dann bist du auch bei Nachts, ist es draußen nicht mehr kalt und so dann. So ein Umhang wäre super, wenn wir den kriegen. Dafür brauchen wir ein bisschen Silber. Ach, guck mal, mir ist nicht kalt. Sehr schön. Ähm. Ist es nicht kalt? Nee. Nö. Weil ich dieses wärmende Zeug schon anhab. Ach, das wärmt schon, ja? Dieses, ja, jetzt hab ich die Rüstung an. Jetzt ist dann meine andere Rüstung. Irgendjemand hat die Rüstung, die ich da reingeballert hab, auch schon rausgenommen. Ja, ja. Budi hatte noch Troll an. Also, wem dazu geraten. Ich kann da nix empführen. Mir wurde gesagt, ich soll machen. Ja, ist doch gut. Heckernich, sagt sie. Was? Die war über, die war doppelt. Die war doppelt, alles gut. Ja, das ist... Immer meckert er, sagst du mit mir. Mit Budi kann ich nur meckern. Ja, siehst du? Bei dem Namen... Sorry, Kevin. Nee. Dann haben dich nicht leiden können. Ich hätte jetzt voll Bock, mich auf ein Schiff zu setzen und diese Landschaft da so auf den Weg zu erkunden. Welche, wo? Ähm, nach Osten raus. Wir haben da so eine kleine Insel und dann haben wir hier so eine größere Landmasse. Also von Boneboss quasi nach Osten? Nee, von unserer Dings aus nach Osten. Und da tut ihr die Rechtsrat. Was? Von rechts neben der Kleinen. Osten. Achso, dann, dann... Nee, was? Da ist halt noch eine riesige Landmasse, die überhaupt nicht erkundet ist. Ja, rechts neben der Kleinen. Richtig. Ähm, Mo muss mal seine Karte... Ja, genau, in der Jaktkette. Osten. Ja, nicht... Ja. Ähm, wirklich? Was? Ach, das, ja. Da hätt ich Bock drauf, die mal zu erkunden. Ja. Äh, in der Kiste hier liegt noch Material für ein Boot. Genau das. Für ein Langschiff. Ich würd an eurer Stelle immer Portal für, äh, Material für Portal mitnehmen. Das brauch ich für ein Portal. Guck nach. Du wirst das eh häufiger brauchen. Also es geht, wenn du das da nicht einkriegst, dass das... Ähm. Ja. Ja. Mo hatte doch oben rechts diese, diese Dinge erkundet, ne? Hast du das eingetragen auf der Karte? Näh, oder? Auge, Edel, Hülsch, Schuhe, Berg. In der Bergbau kann ich nochmal alles raus, ne? Muss ich denn irgendwas Bestimmtes machen, damit das auf der Karte eingetragen wird? Ja, ja, du hast ja an der Werk... An diesem Kartentisch hast du links so ein Ding, wo du das einträgst. Und rechts können alle dann doch aus dem Pool nehmen, quasi. Dieses links, diese Box. Yeah, sexy. Oh yeah, jetzt ist da oben auch eingezeichnet. Oh. So, da ist auch noch ein kompletter Sumpf, den man erkunden kann. Ne, wo ist der? Da. In... Hab das Portal nicht eingezeichnet? Da. Das ist... Farnfarm. Ne, nicht Farn. Äh, Flax. Okay. Sumpf 1 dann und dann die Berg hoch, ja? Und dann nach Silber suchen, ja? Hab ich gehört. Ansonsten? Äh, Wudi, du hast auch irgendwie was schon gegen Kälte, ne? Kälte trank. Ach. Ach so, ja. Ich hab Bock auf Umhänge. Weiß aber nicht mehr, was man daraus... Also wir brauchen Silber, glaub ich. Okay. Mhm. Wo baue ich Schiffe? Im Wasser. Wie was? Bergbank. Einer Bergbank. Okay. Mit dem Hammer halt. Genau. Du baust Schiffe wie Möbel. Ja. Okay. Plumpsen dann so runter. Naja, ich nehm jetzt mal nicht die Diesel mit. Kann doch gar kein Schiff bauen. Hast du noch nie in der Hand gehabt? Ne. Sind ja in der Kiste. Was ist denn... Wer weiß... Was sind denn das für Markierungen? Was ist denn E? Auf der Karte, Freaks? Eier. Eier. Ach so, aber die hast du ja eh schon mitgenommen. Eier. 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 Okay. Eier. Eier ist Dungeon, ja. Und was sollte ich da bauen? Eine Karre, ja? Ne, was? Langschiff. Langboot. Langschiff? Äh, Langschiff kann ich nicht. Dafür war das Zeug aber in der Kiste. In der Kiste, wo auch Angelzeug ist, oder? Ja. Oder fehlt dafür irgendwas? Irgendwie könnte ich jetzt noch einmal einen Meer bauen. Jetzt kann ich auch ein Langschiff bauen. Mhm. So schnell hatte ich doch schon. Edelholz hatte ich doch auch schon. Die Nägel. Die Nägel hatte ich, äh, die Nägel hatte ich gerade in der, äh, in der Hand. Ja. Leichtes Holz, ja. Konnte man Silber schon verschmelzen? Oh, alte Rinde. Mit unserem Ofen? Ja. Okay, nur dann. Oh, da ist auch ein steil Kohle. Achso, ja, natürlich. Silber Ader gefunden. Mhm, komm gleich in deine Richtung. Habt ihr nur Eisenspitzhacke? Ich ja. Da lag auch noch eine irgendwo bei Tools, wenn die nicht schon jemand genommen hat. Der Mügler kommt auch. Achso. Oh, yeah. Oh, 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 Raid. Äh. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Ah. Hallo, Erdberitzka. Was habt ihr gemacht? Ah. Ah, danke schön. Danke für den Raid. Shoutout kommt. Ja. Ja, wenn man richtig schreibt, dann kommt der auch. Nein, das ist falsch. Ich werde nicht kommen und trotzdem erschrecke ich mich. Komm. Lauf, 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 lauf. 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 Oh nein. Oh nein. Komm ich durch Feuer? Ah. Oh nein. Ah, ich brenne. Ah. The fuck? Was ist da gerade passiert? So, ich liebe es. Ihr habt, ihr habt Life is Strange gespielt. Ist, äh, ist Life is Strange nicht ganz schwierig auf Twitch wegen der Musik? Habe ich gehört zumindest? Dachte ich auf jeden Fall. Aber, äh, coole Sache das. Heute eigentlich, ne? Ah, danke für den Raid. Wir machen hier, weil er im Community Server. Wir haben gerade den dritten Boss down und wagen uns jetzt ins Gebirge. Ihr habt, Postverstand, ja, ne? Die hier sind. Das ist ein Drache. Oder? Nee, ähm, nee, nee, äh, wie hieß der? The Bone Boss. Ich weiß gerade nicht. Das Knochen-Ding. Knochen-Ding. Knochen-Wangst. Genau, danke schön. Der aussieht wie so ein riesiger Block. Oh, Bone Boss. Oh, fuck. Hört dich der Steingolem gar nicht? Mich? Nö. Hey, kommt der nicht hin da? Keine Ahnung. Okay, cool, cool, cool. Ich habe uns bis jetzt noch nicht hier getroffen. Okay. Na gut. Ja, ist ja schön. Ich kann ja während des Schifffahrens meine Ausgucke hernehmen. Ja. Alles gut, sonst soweit. Weiße, meine Hacke reißen. Ja, so. Dann machst du den Ausguck. Ach, dann abschließen wir also. Ich helfe. Guter Tipp. Vorsicht, Frau Wölfe. Hm. Ich bin noch in den Standschirten. Au. Der Drache, abschießen, bitte. Einfach noch nicht doof genug eingegraben. Wenn der Drache den den Start macht. Der hat mich aber auch dreimal getroffen, ne? Also der, das ist ja schlimm. Ich stehe hier seit 10 Minuten und der hat mich nicht einmal getroffen. Ah, äh, ja. Feiertage gibt überstanden. Ich hoffe, ihr auch alle. Oh, Mann. Ah. Oh, nice. Wolltest du, dass wir wieder untergraben? Wolltest du, dass wir wieder untergraben? Nö. Wisse. Aber ich gehe immer wieder erstmal so weit runter wie möglich. Erstmal in Valheim? Äh, nee. Ähm. Für mich nicht das erste Mal in Valheim. Das erste Mal in Mistlands. Hinschallen. Wir haben auch ein paar andere Neulinge dabei. Ähm, Moe zum Beispiel. Oder wo denn ich? Ein Neuling. Also eigentlich nur Freaks und ich habe das hier schon gespielt. Von denen die jetzt auf dem Server sind. Hm. Hm. Oh, Mann. Ich sag mal, kann es sein, dass wenn du komplett, ähm, rausgesumpft ist beim Bootrand. Und dann, ähm, aufstehst und dir weg rauskriegt, dass du weiter rausgesumpft bist. Genau, kannst du... Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weiter rauszoomen. Im Boot kannst du weiter rauszoomen. Lange, das dauert, bis die Seba-Ada hier kaputt geht. Oh, der ist doch ganz schade. Oh, der ist doch ganz schade. Ich darf dir schon mal 20 Silber fallen, ne? Hier. Rudi? Ja, kannst du dich schon nehmen? Ähm. Vorsicht! Habt ihr's... Oh. Ernsthaft? Oh, Mann, ey. Du bist runtergefeffert worden? Er hat mich weggeschleudert. Hättet ihr den nicht da lassen können? Das ist schwierig, ne? Der Golem... Ach, fuck, ey. Ähm. Da liegen jetzt noch 20 Silber fallen. Würde ich ungern da liegen lassen. Das lauft einfach, Mo. Oder? Ist aber auch viel los, hier, Gott. Na? Hm. Die Valheim ist ja da, selbst nur geschaut bisher. Musik wird chillig und das rumsteht. Ja, die Musik ist grad von woanders. Die ist nicht aus Valheim. Aber die Musik ist auch cool bei Valheim. Nur halt, weiß er nicht. Hat WUW-Musik tatsächlich wieder. Wie gestern auch. Blizzard hat da normalerweise nichts gegen, wenn man deren Musik benutzt. Und die machen ganz gute Ambient-Musik. Ich hab einen von Twitch davon, Held. Auch nicht. So viel. Witzigerweise ist mal jemand bei Twitch halt gebannt worden, weil halt urheberrechtlich geschützte Musik und das Einzige, was zu hören war, war Wind, sowaschen. Hm. Ja. Hm. Hast du noch Platz in der Tasche, Spitz? Hast du auch voll sein, oder nicht? Obwohl, die können ein bisschen steinlos werden. Hm. Ja. Pass auf, Mo. Ah, der ist ja grad auf mich fixiert hier. Oh. Hab ich schon wieder disconnect? Nee, ne? Nee. Wir hören. Ich auch. Nee, alles gut. So. Wollte ich jetzt hier eigentlich in den Potage-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt. Ja, naja. Wollt ihr da jetzt stirbst und dann keins hast, mach erstmal einfach eins. Für Sicherheit. M-Mohatz hat seinen Spaß. Schön. Er spielt mit dem Gohling. Ja. Ich kann nur empfehlen. Ja. Ich kann nur empfehlen, Valheim einfach mal spielen. Ist super chillig, macht super viel Spaß. Ist super anstrengend. Unzählisch. Unzählisch. Wollt ihr nicht. Zum Teil. Wenn du stürbst, ist anstrengend. Ähm. Manchmal. Wenn du kein Portal da in der Nähe hattest. Nicht wahr, Jungs? Nein. Ich hab's gar nicht schon redet. Also, ich würd ja ein Portal bauen, wenn ich an Holz gedacht hätte. Kannst du ja doch fällen irgendwo, oder? Ja, ja. Ich bin hier gerade im Grasland. Aber das scheint auch direkt ins Kröbel zu gehen. Da kann man das Kröbel suchen. Ja. Ich bin voll. Auf jeden Fall. Oh, nö. Direkt ein Drache hier. Da, wo du bist. Ne, wo du bist. Ja. Ja. Irgendwas weglegen? Nicht wirklich. Was will ich leben? Ich will meinen Loot. Ja. Wo ist das wegwerfen? Ich hab meine Kiste mit hernehmen sollen. Stimmt. Also, es gibt Material. Eine Iron-Pick Ex. Oder was? Ja. Ich, äh, ich kann dir... Ähm. Kann dir irgendwie Silber geben, wenn du willst. Öp. Ähm. Nein, 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 nein. Nicht Point Blank. Und ein Eisen kann jetzt überspringen, wenn du willst. Nee, ich kann dir Silber geben, jetzt, weil ich voll bin. Dann könnte ich noch mehr abbauen. Gegen Kämpfen? Wo bist denn du? Oh, geil! Da ist Rudi. Achso. Bist du gestorben eben? Ja. Ah, verdammt. Also, der hat mich halt ... ... oder weiter nach hinten, Geschwister. Hi. Ein Zeug? Ich hab ein Zeug, ja. Mein ... Ja, ich mein, du könntest auch Silber skippen. Du könntest einfach dabei sein und tragen helfen. Das reicht auch. Oh, komm. Äh, ja. Aber Eisen ist halt ... Also, eine Eisenspitzhacke lohnt schon. Ist ja die letzte, die man braucht, glaub ich. Danach kommt keine Elf mehr. Nee? Nee, Schwarzeisen ... ... die Spitzhacke wird man auch brauchen. Ja, okay, aber ... ... aber ist das eher sinnlich, sich eine Eisenspitzhacke zu machen, als Silber, wahrscheinlich? Äh, es gibt keine Silberspitzhacke. Gut. Gut. Also, ja. Also, ja. Genau. Warum sind wir geheilt, äh ... So. Kann ich dir was in die Hand drücken, Rudi? Du hast aber auch eine Spitzhacke, ne? Ich hab eine Spitzhacke, ja. Na gut. Dann geh ich lieber runter und reparier meine und ... ... keine Ahnung. Kann ich schon mal die ersten Sachen schmelzen ... ... und komm dann wieder? Komm, du komm zu dir, ne? Du kriegst es auch runter. Ja, gut. Habt ihr es da oben markiert? Nach Hause laufen. Ja. Ne, markiert hab ich es nicht. Ich hab jetzt, ja. Okay. Wie markier ich was? Doppelklick. Doppelklick. Einfach Doppelklick auf die Map, ja. Mhm. Achso, wir müssen ja laufen, ne? Fuck, ey. Also, hab ich überhaupt nicht viel im Blick gehabt. Theoretisch mit Boot wäre auch möglich. Aber ja. Ich mach das einmal, den Lauf. Damit wir ... ... hoffentlich die ersten Umhänge bauen können. Komplett laufen. Ja. Freaks, wenn du wartest, können wir uns nochmal anschreien. Also, ich hab's noch ready. Oh. Ach, komm. Troll. Okay. Stopp. Das sollte weiter. Hm. Mois. Ich hab viel zu viele von den Viechern gepötet. Achso. Kannst du, kannst du aber nicht mitnehmen, ne? Ich, ne, ich kann nicht mal zwei mitnehmen. Okay. Blöd. Ja, ich glaub mal. Ich hab dich eingesch... Ja. Hm. 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 Jo, äh, Erperitka. Danke nochmal für den Raid. Und, äh, gute Nacht. Gute Nacht, Erperitka. Mhm. Gute Nacht. Sehr lieb. Ähm. Okay. Ich hab das Portal jetzt gebaut. Mhm. Nö? Wenn du noch keine Beschriftung machst, dann solltest du auch gehen, weil ja zu Hause das, das, das Portal ohne Beschriftung ist. Ja, aber ich muss das ja irgendwie verlinken, oder? Nee, nee. Also, keine Verlinkung ist die Verlinkung in dem Fall dann. Weißt du, was ich mein? Also, weil es gibt zu Hause eins, das keine, keine Kennzeichnung hat. Weil ich kann da nicht durchgehen. Also, ich, ich, ich kann, hab das jetzt gebaut, aber ich komm da nicht durch. Hm. Dann müssen wir das zu Hause nochmal machen. Aber du könntest ja jetzt erstmal am Portal steht sozusagen, kannst du sagen, ne? Wenn du stirbst, kannst du zu Hause dann halt rumfummeln mit dem Portal nochmal. Wie kann ich das jetzt machen? Wie? Was? So, hier, warte mal, ein Portal. Ah. Hm. Ich hab meinen Sterne Wildschwein, aber ne, das dauert zu lange, das jetzt mitzunehmen. Ja. Oh Mann. Hm. Du, 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 du. Ne, 34. 34 im Laufen? Ja. Nice. Bin zu oft gestorben in, heute. Nur heute bin ich zu oft gestorben, sonst nie. Wie gesagt, ich, 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 ich komm da halt grad nicht durch, ne? Da passiert nichts. Was? Ja. Dann nenn es halt Zaxa. Und dann machst du das später. Falls du sterben solltest, kannst du zu Hause ja das Portal dann verbinden. Weißt du? Ja. Oder falls wir vorher ankommen, können wir auch ein Portal so... Genau. Das heißt, ihr würdet das dann quasi einfach umbenennen und dann irgendwo hinballern, ja? Wie? Ja. Ne, also, das was... Weiß? Wie jetzt? Wir würden was? Nochmal. Der, Katsu, du kannst doch Portale quasi, du hast einfach einmal dieses mittlere, was nicht bezeichnet ist. Ja. Und dann haben wir ja noch Portale rundherum, die wir bezeichnet haben. Ja. Ich würd das dann einfach irgendwo hin nutzen. Ist ja nur so ein Notfallportal, wenn du stirbst, dann machst du halt Portale auf und dann bist du bei deiner Leiche. Also da, wo du hin musst. Da drüben. Die Reichsleine. Die Reichsleine. Oh. Damit habe ich eigentlich laufen jetzt. 33. Immer noch. Danke übrigens nochmal für den Mantel-Freeze, der ist sehr schön, die Brust. Ja, kein Ding, war ja ein Bug. Ich glaube, ich wüsste momentan auch, wie man den reproduzieren kann, aber das wäre nicht so schön. Was meinst du? Der liegt so in uns weg, du spielst. Lootet einfach eure eigenen Leichen, nicht die von anderen Leuten. Naja, ich hab den ja auch zweimal aus meinem Grab geholt. Deinem eigenen auch, ne? Das ist so komisch. Ja, so wie er bei mir war. Weil du, wahrscheinlich ist das so, weil du, wenn du es anklickst, das erste Mal, kriegst du automatisch alles in den Target pfeffert. Und, ne? Und dann kannst, wenn das dann vielleicht nicht weggeht, kannst du dann eventuell nochmal nachlooten. Mancher bugt das irgendwie. Hm. So, mein Schrei ist hier gleich vorbei. Du hast noch, ne? Ja, ich hab noch. Warum warte ich hier drüben? Aber. Apropos Schrei, weiß einer, was der Schrei von unserem neuen Boss macht? Hm, Bodi weiß das. Hab ich doch vorgelesen. Schadensresistent gegen physische Schaden. Ah, okay. Hm. Wenn du so weit nicht an so'n Berg läufst, das ist so. Das ist so schön. Äh, die sieht gut aus. Ja. Ein Schnee-Buna ist erschienen. Oh. Da muss ich los. Nachtball war das. Hm. Und wenn ihr jetzt Silber rausholt, könnt ihr das ja dann sonst zum Sumpf1-Portal bringen. Da holen wir das dann irgendwann mit dem Schiff ab. Ich werde auf dem Rückweg auf jeden Fall ein Portal mitnehmen. Ja. Ja. Dann machst du das. Damit man nicht jedes Mal so weit laufen muss, um die Spitzhacke zu reparieren. Oh ja. Ein bisschen Holz am besten auch noch, ne? Zehn Holz. Ich mein, damit wir da oben auch eine Kiste machen können und sowas. Ja. Er braucht Kisten. Wir haben nur ne Lootgrube. Ja. Ich bin auch da. Ja. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Ich wollte eigentlich sicher an einem Fieder vorbei. Ist der Golemann auch euer Türsteher? Naja. Auch. Türsteher und Gefängniswärter. Oh, jetzt wird es auch noch Nacht hier. Ja. Ah, Moken. Ah, Moken. Ah, Moken. Kann sein, dass die Freaks vor mir ankommt. Ich glaube, ich lauf etwas schneller als du. Meinst du? Weil du einen Punkt mehr hast? Oder nee, wegen Klamotte. Ja. Das kann sein. Ich bin genau bei 0, glaube ich. Ich bin bei plus 6. Oha. Schiebung. Ich bin bei plus 1 sogar. Cool. Dankeschön. Bin mir auch ein Türsteher. Ähm. Batman. Mea. Nennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennenn 16 ist gut, das hatte ich auch noch nicht. Wir haben beide gerade reingepfeffert. So cool da. 22. Silber. Schutz. Loks-Umhang, ja. Ähm. Mhm, mhm. Ist voll? Achja, 15. Okay. Gucken wir mal ganz kurz an den Tisch, was wir brauchen. Mit Loks-Umhänge zum Beispiel. Das macht man wieder am anderen, ja. Also... Äh, Loks-Pelz 6. Äh, Dings hier, äh, kriegt man noch. Also, wir sehen, ich seh noch nicht, was man braucht für... Wolfs-Umhang. Wegen dem Kopf wahrscheinlich, ne? Ja, ja. In der Trophäenkiste einer. Okay. Mach ich das mal? Ich hab ja jetzt mal unter die Brust. Weiß ich nicht. Zwei sogar. Cool. Dann, doch, ich Wolfsfeld ja auch noch. Können wir da direkt was mitnehmen, ne? Ah, ich hab jetzt zwei Wolfs-Umhänge. Ja. Hier ist Silber. Ja. Pro? Pro, oder? Pro Wolfs-Umhang. Pro Wolfs-Umhang. Hä? Ja. Hast du schon? Nö, ich hab keinen Wolfs-Umhang. Okay, so. Ich glaub, der Loks-Umhang passt besser zum... Ich denke jetzt nur an die Leute, die momentan auch auf Meet angewiesen sind. Ja, ja. Und außerdem ist das günstiger. Genau. Ich mag den Loks-Fell-Umhang auch sehr. Aber die sind beide gleich gut. Also generell machen wir beide das gleiche. Ja. Ah. Wenn wir da haben wir wohl... Auf vier. Dann bringe ich die für euch beide mit, ne? Bei welchen meinst du jetzt? Machst du noch einen Link zu meinem Portal? Kann ich machen. Ähm. Ja, für Mo und für Woody, oder nicht? Umhänge? Für gegen Kälte? Ja. Kannst du in der Base liegen lassen. Ich gehe gleich zurück. Achso. Gut, dann... Ja, für mich kannst du aber mitbringen. Mach ich. Leg das mal hier in die Truhe hinterm Weihnachtsbaum. Hier draußen... Haben wir denn hier an dem Portal bereits ne Kiste? Ah, hier haben wir. Kiste? Achso. Ja, bloß Erz. Da, ja. Ah, ich brauch Gold, Bele. So, ich hab hier noch Erz. Tu das mal. Hm. Sehr lieb. Loverta bedient. Hier. War jetzt noch mal Erz drin? Kannst du nachwerfen. Cool, cool, cool. So, das leg ich da rein. Loks hätten wir auf jeden Fall nicht genug für den Umhang. Es sei denn, du hast jetzt schon genommen, also so. Aber ja. Ja, hab ich nicht. Okay. Hm. Davon hatten wir einen Teppich gemacht. Theoretisch könnten wir den auch kaputt machen. Und dann nachher später nochmal pflanzen. Oh. Äh. 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 Hast du den Oma hier irgendwo? Den, den hinterm Weihnachtsbaum. Okay. Wo kommt denn hier Drachenatemkrams hin? Die Drüsen da oben. Ich hab ja auch noch Silber in der Tasche. Hm. Ich dachte du freust dich mich zu sehen. Immer. Ja. Sehr schön. Das freut mich wiederum. Hm. 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 Häckholz? So, da haben wir da noch Holz. Ja. Hab hier auch ein Gebirge gefunden. So, dann wolltest du jetzt noch ein Portal haben, nix? Saksa? Ja, ne Verlinkung ist schon Portal. Hm. Äh. Hm. Wie hast du's genannt? Saksa. Hast du schon? Großes X? Ja. Meist ist Portal. Ähm. Ja. Okay. Ist relevant. Saksa. Ja. Aber wir könnten das auch außen machen. Also, ja. Okay. Ja, das ist gut. Hm. Ne. Mach mal. Meist ist von mir aus, äh, äh, nach außen. Und wir nehmen's dann nachher um. Ja. Hast du erst mal. Hm. Hm. Das Schöne ist halt, du hast hier Craftland und direkt... angrenzend Gebirge. Ging gut. So, dann geh ich jetzt hier wieder Portal Sumpf 1, ja? Kriegs macht hier Dings schon. Okay. Ach, du machst, äh, das, ja. Und, Minigard kannst du mir auch nochmal mitbringen. Minigard? Kann ich machen. Green ist anders, aber egal. Ja. 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 Leer. Warte. Ach. Ne. Ja. Warte. Ach. Das ist ein Silberportal. Na ja, ihr Krauswerger. Nein. Gebt mir erholt. Gebt mir erholt. Ist auch gleich Tag. Sehr schön. Ui, ist das hier finster. Hm. 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 Warum wird mein Ausgupf nicht mehr länger? Wie Monster denn hier sind? Das ist irgendwie bugged. Was machst du hier? Spawn jetzt hier Viecher? Hä? Irgendwo ne Weikmann kaputt gegangen. Hier, wo ich jetzt grad bin. Naja. Ich seh keine strukturelle Schwachstelle. Ich kling mich jetzt aber auch erstmal wieder aus. Ja. Schlaggut Mora hol dich. Dankeschön. Gute Nacht. Maximal. Gutes Morgen. Ciao. Gute Besserung. Ciao. Danke. Danke. Oh, Polly. Ich hab fast auch zuhause warten können, bis du das Portal aufgestellt hast. Na hier. Ach. Der Troll hat mich grade mit nem Stein auf nem Hinterkopf gegrüßt. Mhm. Und, ist denn Denkverbögen jetzt besser geworden? Hä? Sehr gut. Ich glaub, da muss noch ein Spider-Stein drauf. Ich glaub, das hilft nix. Wo nix ist, kann nix gefördert werden. Hm. Nee, nee. Du siehst das falsch. Das ist halt quasi so maximal aufgepumpt, da ist nichts mehr zu verbessern. Das stimmt beides. Das schließt sich nicht aus. Lachse hat voll das Pumperhirn. Genau, ich gehe mal ins Hirnschirm. Manche nennen das auch Bibliothek. Das wäre so leicht. Oh, nur Wolf, hi. Hier ist ein 17 und da ist ein 30. Nice. Hat noch eine Wolf-Trophäe gefunden. Können wir noch einen Umfang basteln. Bei uns müssen wir einen Loks jagen. Ist noch einer in der Base? Was? Ich grad nicht. Irgendwas hat mich grad... Ah ja. Drachen. Drachen? Was? Ja, irgendwas Fliegen des Blaues. Und ich bin schon wieder gestorben. Fuck. Die... Hm. Ist jetzt durch. Also die Art wie ich hier grad den Berg hochrenne ist auch glaube ich nicht gewollt, äh. Weil wir jetzt schon mal Drachen gekillt haben. Können auch Drachenangriffe kommen. Und weil der Boss tot ist. Ach ja. Ui. 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 Da hab ich vom Berg gejietet. Hattest du ein Portal schon gestellt? Ja. Nice. Dann kann ich nach Hause gehen und verteidigen. Ey. Der Drache will das nicht. Der Drache will das nicht. Oder kann ich durch ein Portal tun? Nein. Zuhause ist ein Angriff von Drachen. Ich bin fast... Wo ist denn das... Portal? Hier bei mir. Ja. Ich komm mal. Ja. Ach. Danke. Okay. Okay. Ich glaub ich brauch auch so einen Hörner. Ja. Ein Kami Habs ist übrigens erschienen. Das ist doch Erde, ne? Ist grad nicht. Das ist ein Rocktack. Wie der ist jetzt einfach durch? Fuck. What? Man appiert hier? Während dem Angriff? Ja. Ja. Lol. Wachen backen ja nur minimal grad. In die Häuser. Hä? Boah. Was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Ja. Was machst du hier? Das Gute ist, die machen alles andere kaputt hinten. Ja. Weil die haben auch die Häuser auch noch nicht richtig angegriffen, ne? Ne. Ach so, auch vorbei jetzt. Also mit der Kälte auch. Hm. Oh, die Werkbank neu, wenn du kannst. Oder gib mir Holz. Hab die grad kaputt gemacht. Wo ist er? Ah. Hä? Wo ist er denn jetzt? Ist tot, oder? Hast du den noch abgeschossen? Ne. Kesselverbesserung. Interessant. Das heißt, ich muss nochmal umdenken. Hm. Ach hier, die ganzen Werkbänke kaputt gegangen. Jetzt spawnen hier wieder Sachen. Ah, das ist ja. Wie stressig. Also in dem Bereich, wo eine Werkbank ist, die so einen Kreis hat. Da können, danke. Keine Sachen spawnen. Oh, was ist das? Ist ja schlimmer, als wenn dir die Häuser kaputt gemacht wurden. Ah. Du bist für meine Nerven. Ah. Ja. Budi, bist du noch hier? Ich bin noch da, ja. Ich hab den Umhang und mir ging ja... Ich hab das mal hier rein. Zack. Und... Der Gürtel. Danke. Mhm. 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 Jetzt noch was kleines. Ah. Was denn? Legen wir denn noch einen Umhang zusammen? Ja. Ja. Ich hatte grad noch einen, ja. War sie dabei. Dann würde ich, ähm, dann würde ich mich darüber freuen, weil dann könnte ich dir das Gebirge auch erkunden. Mhm. Mhm. Einfach dann in irgendeine Truhe rein. Das können wir so machen. Sind die Wünsche-Route eigentlich dabei? Ich hab eine dabei, ja. Hier ist noch ein Drache, aber in der Nähe der Base. Ah. Guck mal her. Der war grad schon Schatz ausgebuddelt. Ist wahrscheinlich der, wo wir gedacht haben, hä, ist der jetzt tot? Da muss man nötig sein. Mhm. Ui. Du hast hier irgendwo noch keine Werkbank grad jetzt? Out. Hier? Weiß ich nicht. Sicherheitshalber. Wo? Gerade, dass der Steingolem das Silber nicht abbauen kann. Ja. Eine macht er ja kaputt, ne? Ja. Mit einer Attacke? Ja. Okay. Ja, gut. Halt und weg. Ja. Ja. Okay. Jetzt baue ich noch mal Silber. Wo war der Dach jetzt? Habe ich gekillt. Okay. Mhm. Mhm. Äh, ja. Mhm. Dann leg ich mal hier so einen Wolfsfell-Umhang rein. Wir haben auch nur ein paar Portale. Mhm. Ganz wenig. Da können sogar noch mehr dazu kommen. Aber es kann nachher auch ein bisschen reduziert werden, wenn jetzt irgendwelche Sachen obsolet geworden sind. Dann brauchen wir in der Mitte halt kein extra Portal dafür, sondern können halt das mittlere Portal nutzen als Wahlscheibe. So, weißt du? Machen wir so eine Liste auf so diese Schilder. Ja. Ähm. Ja. Ja. Kann man das erstmal kurz hier rein. Kann man den Dicken eigentlich auch reparieren? Kann man ja. Ja. Ah, ne, das weiß ich. Ja. So. Auch auf Silber hacken. Aber wenn du ihn nur blockst, macht er ordentlich Schaden. Ja. Jetzt kommen wieder die Drachen. Sorry. Da bin ich wieder. Uh. Noch Silber. Ja. Ähm. Ihr habt ja keine Truhe gemacht. Ich bin nicht Angst, dass hier irgendwie... Nö. Ich hole mal... Nee. Ja. Ja. Der ist reingeflogen. Was? Der Drache. Der war Drache. Jo. Tot. Guck mal, Holst. Ich habe wieder genug Leben um meine... Nö. Ja. Und damit ist doch schon da vorbei. Hm. Viel hat er nicht mehr, ne? Hm. Nee. Viel hat er nicht mehr. Aber das bisschen reicht, um uns alle noch mindestens dreimal zu töten. Wenn wir uns dumm anstellen. Wunderschöne. Au. ... ... ... ... ... ... ... dann fühlst du mich ganz grobe rein die schaffte sogar richtig den zug hängt er wieder ja noch noch mal hier ein ding das ja ich habe gar nicht aber ja er kommt ja durch das selber nicht zu uns ich kann es dann wieder nebenhaben sehr schön deine ob der nicht irgendwie so ein kern also irgendwie nicht nur muss aber vielleicht nicht wo sind welche und am berg hier am berg unter hier ich habe den kern gefunden eine wolke besucht sich den weg hier hoch na 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 Okay. Hmm. Sie schwebt bei mir schon frei. Hier auch. Also bei Silber macht das nichts, wenn es frei schwebt? Geht nicht, fällt nicht in sich zusammen? Anscheinlich. Hm. Macht auch nichts, wenn es frei schwebt. Da muss auch der letzte Stein, äh, der Unterstittern erst rausgenommen werden. Mhm. Was ist denn der Unterstittern? Der Herr, wo ich bin. Und das ganze Ding darf keine Verbindung mehr zum Boden haben. Hat's nicht? Doch, hat's. Hier an der Stelle. Ach so, auch noch. Ah, okay. So. Niebel. Das Ding ist aber wirklich groß. Silber so an sich. Ganz komische Adern manchmal. Ja. Ich bin da glaube ich noch nie selbst abgebaut. Wie ist denn sonst? Ich hab's machen lassen. Ich hab überall nur transportiert. Ach so. Demonstransport hören, nix zu schwer. Naja. Ja. 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 Na komm. Ähm. Ne. Nur das kaputtgegangen ist. Ja. Ja. Da steht übrigens eine Truhe. Da könnt ihr das jetzt reinlegen. Was sind die jetzt sind? Da. Na ja. Ne. Erdfarbene. In der Erde. Na. Ich hab mich nur minimal erschrocken. Hm. Na ist interessant, dass hier noch nicht eingefallen ist. wohl noch irgendwo erzählt das anders halt jetzt noch nie gemacht auch alle wollen ich habe doch nur ein bisschen lieb wir brauchen noch mehr köpfe einfach weil der stylo ist ich kann es nicht aufnehmen auch ich ich glaube ich sage jetzt es ist ein klein ich esse das ja hast du eine schöne ecke gefunden zum bauen zum haben ich bin momentan erst an der westlichen küste entlang was alles grasland ist komplette mittel scheint gebirge zu sein scheint auch recht großes so ein mein mann ist die truhe voll ich habe gehört dass ich glaube ich graben hier in dieser kiss rum da ist hinter mir auf einmal eine hand im bild ja sehr gut dann haben wir jetzt hier unten am sumpf war auch schon eine kiste da raschli ich glaube ich das jetzt noch mal runter bringen nö kann er erstmal weiß er nicht hup es ist natürlich ganz froh dass ihr mich jetzt so lange angenölt habt dass ich tatsächlich aufräume ja ich finde das sehr gut so gehört sich das also zumindest das was ich in der tasche habe ja mir verlangt ja keiner immer so 25 glaube ich kann ich mit einem mal tragen ne auch nicht die schwer silber einfach ist ne crazy das war nie 20 kann ich tragen bringe ich da noch einmal nach da unten zum sumpf ähm wo hat's nur den umhang hingepackt in die kiste bei ohja alles klar dankeschön bei nacht im gebirge rum zu laufen ist jetzt auch nicht das glückste wegen den wölfen mhm cool naja der sieht auch ziemlich cool aus der wurstfall umhang ja der ist auch ziemlich cool unsere cribkiste ist voll da kannst du was odin opfern da kriegst du wir haben doch so ein so ein wer ist das zerstörungsding ja ok na gut da kommt dann ab und zu noch kohle raus muss da gucken was wirklich wertlos ist und so ne nö ja auch wisst du schon ja ah 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 wo ist es ne ich hätte gerade nen wolf gehört ja 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 so ein jägerbogen ist aber verdammt teuer ne nö ja jägerbogen brauchst du nicht nö 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 oder zehn nur so gucken aber weiß nicht also das ist auch das was mir am wichtigsten ist bei silber dem bogen bauen ja weiß nicht ob waffen auch schon dabei waren ja silberschwert war dabei wie gute waffen meine ich dass das kann ich dir sagen das gibt es noch auch schon dabei ich lege das jetzt in den vernichter und nach jetzt was neben dem vernichter ist rechts und hier will und dann gehst näher dann steht sich ganz nah ran das macht ein schaden was hat macht geschleudert ach so ja dann steht sich wirklich ganz daran macht alles nichts es macht halt so ein bisschen um um liegende gebäude krass sachen kaputt 50 oder so das ist auch nicht wild aber muss auch nicht sein jetzt für 20 silber hier runtergelaufen bin ich 25 28 ich bin mal kurz abkast gleich wieder und für noch eine kiste stehen auch schon so viel okay da ist schon zu überdrücken hat der mo schon geschleppt ne 14 12 silber ist aber auch das schwerste metall ja ne so dann wollte ich mal gucken wegen dem bogen da willst du gerade ein was du tragen kannst ich ne ich habe gerade runter zum wasser geschleppt das ist das ist auch wieder eine menge wenn das mehrere leute haben wollen du bist denn eigentlich noch einen besseren dann das ist die beste es gibt mittlerweile noch einen besseren ja was das denn das bein snap heißt ja was auch immer das ist das äther nicht ist land also bis zwei tiers später erst ja dann das ist aber auch nicht viel unterschied uralte osmart ach wo die aufräumen will gelernt sein hm hab ich denn gemacht ja was uralte saate in der samenkiste das ist postmaterial war ich gar nicht ja alles gut sind es generalverdächtig das war nicht direkt er hätte die piste nicht mal gesehen ok ist ein argument außerhalb stelle hm 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 Die hat wohl die in Manni rein. Auch wenn sie da nichts zu suchen haben. Ja, ich packe die mal hier bei Jute rein. Der Loot von Drachen und so. Okay. Ich glaube, dann höre ich jetzt auf für heute. So ein bisschen Kram machen. Gucken, dass ich den Bogen zusammenkriege. Ich schon. Dass ein paar Leute auch den Bogen kriegen. Wollen wir mal einen schicken Umhang machen? Keine Ahnung. Lokse jagen mit dem Bogen wahrscheinlich. Hätte ich Bock. Dann mal schauen. Ich werde morgen noch einen Sanchen suchen. Ja. Damit ich mir auch noch den Helm machen kann. Aber wenn ich jetzt aufhöre, ne? Ich muss euch... Ja. Ich muss einmal kurz den Server... Mach ich ein Backup, ne? Da wird er neu gestartet. Ihr könnt dann wieder drauf. Ihr müsst nicht aufhören. Wer hat hier an meiner Hütte rumgepusht? Wahrscheinlich ein Drache, ne? Was ist da los? Ja, nee. Fehlt was? Irgendjemand hat hier eine Treppe hingebaut. Ja, das war ich. Ja, da war nichts zu suchen. Die gehört hier vorne hin. Ja, da war mir viel zu hoch. Und die sieht ja gut aus. Kann man so stehen lassen. Aber so ist ja dein Ding. Da habe ich extra den Platz freigelassen. Achso. Ja, dann. Komm, jetzt lass. Mehr Treppen. Okay. Ich muss hier halt noch ein bisschen den Boden erhöhen und so. Ja. Hast du ja auch schon so Fackeln gemacht, ne? Damit man hier dann dahin kann. Und wieder da. Achso. Das war jemand anders. Das war auch ich. Ja. Ja. So, ich wollte aufhören. Ihr macht ja alle gerade nichts. Das ist gut. Da kann ich euch nicht unterbrechen. Dann gehe ich schon mal raus hier. Du wolltest aufhören. Ja. Für heute. Ist ja frech. Morgen wird weiter gemacht. So, ist die Frage, wo ich euch jetzt hinschicke. Oh, ich weiß schon. Ich weiß schon, wie ich euch jetzt hinschicke. Hm. Ja, der Reclaimer. Da gehen wir hin. Ne, das ist doch jetzt die Schicke geflogen. Mega nett. Genau, den ihr gerade hört. Der Gute. Da gehen wir hin. Wird so ein bisschen Mega Man. generell erst reiner Typ. Österreicher. Ähm. Ich sag dann schon mal Ciao. Und äh. Ja. Bis morgen wahrscheinlich. Ciao, ciao. Bülülülü. Bülülü. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020